Grundlinie mal Höhe, das Parallelogramm, und bei diesem Aufgabe ist die Grundlinie, also die Grundseite g, doppelt so lang wie die Höhe h. Das passt natürlich in der Zeichnung nicht, ich habe ja auch hier nur eine Skizze gemacht. Das bringe ich in folgende Formel oder in folgende Gleichung. Wenn die Grundlinie doppelt so lang ist, dann muss ich, damit es eine Gleichheit dazwischen ist, die Höhe verdoppeln. Also zweimal die Höhe ergibt dann die Grundlinie. Jetzt stimmt es nämlich auch tatsächlich, jetzt ist die Grundlinie doppelt so groß wie die Höhe. Da tut man mal fälschlicherweise den Zweier zum g hinschreiben, passt aber hier nicht zusammen. Der Flächeninhalt lautet ja immer a ist gleich g mal h, also Grundlinie mal Höhe. Ich habe in der Aufgabe aber nur den Flächeninhalt gegeben, weder die eine Seite noch die andere Seite. Allerdings kann ich statt der Grundlinie jetzt auch schreiben 2h. Dann steht nämlich dran, 50 ist gleich 2 mal h mal h. Dann teile ich das Ganze auf beiden Seiten durch 2, weil die 2, das ist eine Zahl, die ich wegkriegen kann, und erhalte 25 ist gleich h mal h. Das kann ich jetzt eigentlich erst am Ende der 9. Klasse lösen, aber da kann man auch durch probieren drauf kommen. Wir brauchen eine Zahl, die hier und hier steht und dann 25 ergibt. Quadratzahl. h ist in dem Fall 5 cm. So, wenn ich die Höhe habe, dann kann ich aber jetzt noch nichts über den Umfang aussagen, der ja hier auch wieder gegeben ist. Denn der Umfang ist ja die Seite, die Seite, die Seite und die Seite. Also 2 mal die da und 2 mal die da. Ich habe aber nur die Höhe. Nur in meiner Ausgangsformel stand doch drin, dass eben die Grundseite doppelt so groß ist wie die Höhe h. Heißt, die Grundseite kann ich berechnen. Das ist nämlich 2 mal 5 cm, also 10 cm. In der Formelsammlung steht drin, dass 2 mal diese Seite und 2 mal diese Seite den Umfang ergibt. Ja, der Umfang lautet hier 31,4. Das heißt, 2 mal die Seite 10 plus 2 mal x. Also x, diese unbekannte Seite hier, die ich hier suche, hätte ich jetzt auch b nennen können, wenn ihr es gewollt hättet. Dann kann ich erst mal was berechnen. Nehme ich das 2 mal 10, ziehe ich rüber mit 20, dann bleibt 11,4 stehen und rechts bleibt 2x stehen. Dann teile ich das Ganze noch durch 2 und x ist 5,7 cm. Ja, und damit habe ich dann die zugehörige Seite auch wieder berechnet. Ja, und damit habe ich dann auch wieder berechnet.